Einen schönen guten Abend. Willkommen zur Informationsveranstaltung über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich möchte vorausschicken, dass das Thema des Abends auch ein persönliches Anliegen ist, dass das hier stattfinden kann, die Diskussion. Ich möchte mich ganz herzlich bei Klaus und Uli Samboa bedanken, die die Initiative ergriffen haben. Und ich freue mich, dass Michael Kerbler vom ORF die Moderation übernommen wird und sie durch den heutigen Abend führen wird. Ich wünsche Ihnen einen guten und interessanten Abend. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen und hoffentlich interessanten Abend. Und ja, die Frage, die ich Ihnen allen an Beginn stellen möchte, ist, was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Diese Frage, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran, diese Frage wehte im Herbst 2009 auf ein riesen Leintuch gespräht von der Universität für angewandte Kunst. Und da stand auch gleich drauf, 1500 Euro als kleine Orientierung für heute Abend. Die Frage zielt nicht nur darauf ab, also was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Die Frage zielt nicht nur darauf ab, sich einmal ernsthaft zu fragen, welche wertvollen Talente man in sich trägt, die man für sich und für die Gemeinschaft nutzbar machen sollte, statt freiheitlos jeden Tag einen 9-to-5-Job herunterzubiegen. Die Frage fokussiert geradewegs auf die Sinnfrage. Was will ich Sinnvolles in meinem Leben anstreben? Darüber hinaus wirkt die Frage als Brecheisen in der Diskussion um die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Der oder einer, der die Frage als einer der Ersten formuliert hat, der Schweizer Daniel Haini, will mehr. Er plädiert für ein bedienungsloses Grundeinkommen, das künftig jeder Frau und jedem Mann zustehen soll. Bedienungslos, losgelöst von bestimmten Gegenleistungen. Die Konsequenzen müssen uns klar sein. Damit würden Millionen Arbeitsstunden, die jetzt unentgeltlich geleistet werden, entlohnt. Die Arbeit muss bezahlt werden oder ohne jedes Wenn und Aber. Gesellschaftlich wertvolle Arbeit, die gegenwärtig schlecht bezahlt wird, man denke nur an Sozialberufe wie zum Beispiel Kindergärtnerinnen, würden plötzlich aufgewertet. Und die Flexibilität, eine Arbeit zu suchen, die den wirklichen Fähigkeiten und Talenten entspricht, würde signifikant zunehmen. Denn das Grundeinkommen als Teil des Gesamteinkommens ist ja dann nicht mehr an den Arbeitsplatz, sondern an die Person gebunden und kann sozusagen wie mit einem Rucksack mitgenommen werden. Einkommen ist ein Bürgerrecht, Vollbeschäftigung eine Illusion. Deshalb müssen wir Arbeit und Einkommen trennen. So lautet das Herzstück der Argumentation für das bedienungslose Grundeinkommen, die der Gründer der Drogeriemarkt Kette DM, Götz Werner, seit Jahren vertritt und auch in dem Gespräch, das ich vor einem Jahr in Österreich zu diesem Thema mit ihm geführt habe, ganz vehement vertreten hat. Es geht um nicht weniger als um eine neue Lebensperspektive. Nicht zu arbeiten, um ein Einkommen zu erwirtschaften, sondern zuerst ein Grundeinkommen zu haben, das jedem die Möglichkeit einer sinnvollen Arbeit eröffnet. Frei nach Jean-Jacques Rousseau, Zitat, Das Resultat, das Grundeinkommen würde den Bürgern die Möglichkeit verschaffen, für die Mitmenschen sinnvoll tätig zu sein. Darin liegt die Zukunft des Sozialstaats, ist sich Götz Werner und nicht nur er sicher. Das als Einleitung oder Überleitung zu den nächsten Minuten, zu dem Film, den wir jetzt sehen werden. Und danach hören wir die ersten drei Vorträge. Aber jetzt, falls der Operateur mein Zeichen sieht, bitte den Film zu starten. Schon im Jahre 1958 erweckten erste Anzeichen von Automation den Anschein, als würde durch den technischen Fortschritt endlich verwirklicht, wovon alle Generationen geträumt hatten. Ein Leben, das von den Zumutungen harter Arbeit befreit würde. Doch die Erfüllung dieses Traums traf auf eine Konstellation, in der sich der erhoffte Segen als Fluch auswirkte. Denn was bevorstand, war eine Arbeitsgesellschaft, der die Erwerbsarbeit ausgeht. Leider noch heute die einzige Tätigkeit, auf die sie sich versteht. Was könnte verhängnisvoller sein? Das bedingungslose Grundeinkommen, als Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft. Willkommen in der Arbeitsgesellschaft. So lautet ein soziologischer Begriff, mit dem sich die Gesellschaft beschreiben lässt, in der wir heute leben. Hier ist der Besitz eines Arbeitsblattes maßgeblich für ein erfolgreiches Leben und Wohlstand. Der Arbeitsplatz garantiert ein Einkommen und somit das zum Leben notwendige, darüber hinaus gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe. Das scheint erstmal ganz wunderbar zu funktionieren. Längst ist alles in ausreichendem Maße vorhanden. Es herrscht bei uns mittlerweile eine nie dagewesene Überversorgung an Gütern, Nahrungsmittel, Energie und Konsumprodukten. Man könnte wohl von Überfluss reden. Bliebe da nicht die einzige Sorge, die um einen Arbeitsplatz. Bald schon dreht sich alles darum, einen Erwerbsarbeitsplatz abzubekommen. Sonst kann es ganz schnell ungemütlich werden in der Arbeitsgesellschaft. Mittlerweile lässt sich für immer mehr Menschen trotz Fähigkeit und Bereitschaft kein solcher Platz an der Sonne finden. Das Phänomen struktureller Arbeitslosigkeit ist mindestens seit Ende der 70er Jahre nicht mehr zu leugnen. Kommt das jetzt überraschend? Oder hätte man das weitaus früher ahnen können? Schauen wir uns die Arbeitslosenquote der letzten 50 Jahre an. 1960 schien doch alles seine Richtigkeit zu haben. Doch seitdem stellen wir ein ziemlich konsequentes Ansteigen der Arbeitslosigkeit fest. Es offenbart sich eine Entwicklung, die periodisch von Krisen durchzogen ist und deren Erholungsphasen niemals den generellen Trend umzukehren vermochten. Wenn sich die offizielle Arbeitslosenzahl heute wieder zu erholen scheint, liegt das zu einem großen Teil vor allem an geschickten Verschleierungsmethoden. Tatsächlich ist der Anstieg weitergegangen, nur hat man beschlossen, ihn zu leugnen. Ein bunter Maßnahmenkatalog rechnet heute Arbeitslose aus der Statistik, als könnte man sie damit aus der Welt schaffen. In Anbetracht des langfristigen Anstiegs der Erwerbsarbeitslosigkeit in allen westlichen Gesellschaften wirkt die Verleugnung des Problems unsinnig und schädlich. Diese Leugnung ist charakteristisch für ein Festklammern an einer Leistungsethik, die angesichts struktureller Massenarbeitslosigkeit hinfällig ist. Der Glaube an Vollbeschäftigung ist zur Illusion verkommen. Der Staat verwendet einen beträchtlichen Teil des erwirtschafteten Wohlstands darauf, um jeden Preis wie auch immer geartete Arbeitsplätze zu schaffen, die oft nichts mit den tatsächlichen Bedürfnissen nach Arbeit zu tun haben. Subventionierung der Zeitarbeit und des Niedriglohnsektors verdrängen sichere Arbeitsplätze und sozialversicherungspflichtige Jobs. Das drückt erst die Löhne und zwingt dann zum aktiven Abbau der sozialen Sicherungssysteme, um die Menschen zur Annahme dieser prekären Arbeit zu nötigen. Das ist schizophren. Die kurzsichtige Hysterie, Arbeitsplätze zu schaffen, entledigt die Mangelware Arbeit ihrer Funktion als Einkommensbildung. Damit verliert sie den Zweck, um deretwillen sie erhaltenswert wäre. Der Staat muss wiederum draufzahlen, um das Nötigste zu gewährleisten. So untergräbt man das solidarische Fundament unter die Gesellschaft und deren Stabilität in der nächstbesten Krise. Dabei müsste man zum besseren Verständnis der Misere nur den Betrachtungsrahmen der gesellschaftlichen Entwicklung ausdehnen. Man würde feststellen, dass sie eigentlich das Ergebnis einer Erfolgsgeschichte ist. Schauen wir uns das historische Absinken des Pro-Kopf-Arbeitsvolumens für Österreich an. Das Arbeitsvolumen ist seit 1882 in Österreich um die Hälfte geschrumpft, im Schnitt um 7 Stunden pro Jahr. Ausschlaggebend dafür ist eine Intensivierung und eine Konzentration von Arbeitsprozessen. Die technische Entwicklung und zunehmende Automation begründen diesen geschichtlich konstanten Trend zur Verringerung des Arbeitsvolumens. Dem stehen gleichzeitig ungeahnte Steigerungen von Produktivität und Gewinnen gegenüber. Man könnte also sagen, der Fortschritt befreit unsere Gesellschaft nachhaltig von Zumutungen der Arbeit. Ein Problem wird daraus nur, wenn wir weiter darauf beharren, dass der Arbeitsmarkt die Integration aller Menschen in die Gesellschaft leisten soll, ohne die Erwerbsarbeitszeit wesentlich auf zum Beispiel 25 Wochenstunden zu verkürzen. Schauen wir genauer hin. Heute bekommen 3 von 10 Menschen ihr Einkommen von Angehörigen. Weitere 2 leben von Rente und Pension. Und weniger als einer von 10 lebt von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. Dem gegenüber stehen kaum mehr als 4, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, aber unwesentlich mehr als 2 im klassischen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Auf den gesamten Staat übertragen, den wir alle als Gemeinwesen ausmachen, erhält so gesehen eine Mehrheit ihr Einkommen aus Transferleistungen direkt von Angehörigen oder als staatliche Leistungen wie Kindergeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosengeld, Mindestsicherung, Invalidenrente, Wohngeld, Elterngeld, Rente. In Bezug auf diesen umfangreichen staatlichen Leistungskatalog wäre ein Grundeinkommen erstmal eine bloße Lichtung dieses Leistungsdschungels. Es wäre eine grundsätzliche, lebenslange Zahlung an jeden Bürger zur Sicherung seiner existenziellen Bedürfnisse. Natürlich wäre dieses Modell einer Einkommensgarantie, die nicht an Arbeit gebunden ist, eine fundamentale Veränderung. Als einer der Lösungsvorschläge für unsere Gesellschaftskrise müsste er einer genauen Untersuchung standhalten. Für den Einstieg genügt es jedoch, einen Blick auf die Möglichkeiten zu werfen, denn ohne Zweifel würde ein bedingungsloses Grundeinkommen die Gesellschaft auf ein neues, qualitatives Niveau heben. Diese Gesellschaft könnte sich dann auf ihre zentralen Herausforderungen konzentrieren. Sie würde sich nicht mehr größtenteils mit dem mühsamen Erwerb des Lebensnotwendigen aufhalten. Vornehmlich würde diese Chancen und Gleichheit stärken und Engagement im sozialen und kulturellen Sektor, aber auch in der Wissenschaft ermöglichen. Jeder könnte seinen Lohn und die Arbeitsbedingungen mit dem Grundeinkommen selbstbewusst und auf gleicher Augenhöhe aushandeln. Und wir könnten auch einen entsprechenden gesetzlichen Mindestlohn erreichen. So würde der erwirtschaftete Wohlstand auch wieder bei allen ankommen. Es wären Leistungsanreize gegeben, denn auch diejenigen, die Erwerbsarbeit leisten, bekämen ihr Grundeinkommen und würden darüber hinaus dazu verdienen. Diejenigen, die keine Erwerbsarbeit haben, wären in der Lage, sich vorzubilden und mit dem Grundeinkommen etwas zu starten. Es würden ihnen Tätigkeiten möglich, die für ein funktionierendes Allgemeinwesen unersetzlich sind, aber heute unter der Messlatte der Wirtschaftlichkeit liegen bleiben. Eigeninitiative, Selbstverwirklichung und Kreativität würden provoziert, während sie in der heutigen Gesellschaft geradezu abgewürgt werden. Ein kaum vorstellbares Potenzial würde freigesetzt, wenn sich die Menschen mit ihrem Gemeinwesen identifizieren könnten, anstatt sich genötigt, gegängelt und ausgeschlossen zu fühlen. Skepsis am vielversprechenden Grundeinkommen entflammt meist sofort an der Frage, wie man es finanzieren soll. Darauf liefert genau dessen Bedingungslosigkeit gute Antworten. Unsummen fließen in überbordende Ämterbürokratie zur Regelung der Leistungsansprüche. Diese ließe sich einsparen. Bei vielen beim Staat beschäftigten Menschen würden ihn mit Grundeinkommen nicht mehr kosten und könnten sich dann sinnvollen Aufgaben widmen, genau wie jene, deren Arbeit subventioniert wird, obwohl sie weder wirtschaftlich noch ökologisch vertretbar ist. Dabei ist die Grundeinkommensidee kaum fantastischer, als die Annahme, dass es wie bisher weitergehen könnte. Ein Einblick auf die Alterung unserer Gesellschaft entlarvt, dass die Zahl der Leistungsempfänger auf lange Sicht alles übersteigen könnte, was sich aus der Besteuerung von Arbeit finanzieren ließe. Die niedrige Geburtenrate weist deutlich auf den elementaren Platzmangel für das Menschliche in unserer arbeitswürdigen Gesellschaft hin. Alles, was mit der Menschwerdung zu tun hat, lässt sich nicht rationalisieren und gerät nicht zufällig unter die Räder der Leistungsethik. Das Grundeinkommen würde jedem Menschen für sich und seine Kinder den nötigen Freiraum schaffen. Der nötige Reichtum dafür wird natürlich in dieser Gesellschaft erwirtschaftet. Die reichsten 10% der Gesellschaft besaß 2011 mehr als 70% des österreichischen Gesamtvermögens. Bei den übrigen 90% der Bevölkerung sieht es dann aber ganz schnell mager aus. Die Ärmsten 20 haben nur noch Schulden. Allein in 5 Jahren sind nicht nur die Ärmsten ärmer geworden, große Teile der Gesellschaft haben Vermögen verloren und nur an der Einkommensspitze haben die Menschen noch mehr als früher. Dies spiegelt die nüchterne Erkenntnis wieder, wie Arbeit als Einkommensfaktor rapide an Bedeutung verliert. Was hingegen zählt, sind Kapital und das Wissen um seine effiziente und produktive Investition. Das verdeutlicht wiederum, wobei anhaltender Tendenz die altbekannte Schere ansetzt und das gesellschaftliche Band zu zerschneiden droht. Nur langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass das unter den heutigen Bedingungen nötige Wirtschaftswachstum nicht zu machen ist. Bei dem für alle genug abfallen würde. Damit unsere Arbeitsgesellschaft in Europa heute scheinbar gut dasteht, müssten die realen Löhne und Gehälter seit dem Jahr 2000 um 4,5% fallen, was katastrophale Auswirkungen sowohl auf arme Menschen als auch auf die Kaufkraft hätte. Es gibt allen Grund, nach neuen und höherwertigen Organisationsformen für unsere Gesellschaft Ausschau zu halten. Das Grundeinkommen ist eine solche. Auch wenn das Modell derzeit teilweise davon entfernt ist, sich gegen die tiefsitzenden Vorbehalte verständlich zu machen. Darüber nachzudenken und es zu diskutieren, ruft in Erinnerung, wohin sich die Gesellschaft im Sinne ihrer Menschen weiterentwickeln sollte. Ich würde bitten, dass Frau Margit Appel von der katholischen KSÖ, katholischen Sozialakademie Österreichs, jetzt herauskommt, dass auch Herr Albert Jörimann aus der Schweiz aufs Podium kommt und auch Herr Klaus Sambor. Und dass wir jetzt mal die erste Phase dieses Abends nutzen, diese verschiedenen Perspektiven auf die Frage bedienungsloses Grundeinkommen, ja, aber wie, mal aus diesen drei Perspektiven uns anhören. Und dass wir dann, so Herr Häfner nicht zufällig schon früher kommt, eine Diskussionsrunde einlegen und dann auf das Referat von Herrn Häfner warten. Ja, Herr Sambor, Sie wollen anfangen? Bitte gerne. Ich gebe Ihnen auch sofort das Mikrofon. Ich würde Sie nur bitten, dass Sie am Anfang ein bisschen Ihre Initiative vorstellen und auch sozusagen Ihre Stoßrichtung, das, was wir so einen kurzen Initialvortrag nennt, halten. Bitte. Der Floor ist yours, wie es so schön neudeutsch heißt. Danke vielmals. Ja, also ich freue mich, Ihnen über das bedienungslose Grundeinkommen als Europäische Bürgerinitiative etwas zu erzählen. Und zwar, weil wir diese Sache schon lange geplant haben, wollte ich Ihnen so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen und dann, wie weit wir momentan stehen und was die nächsten Schritte sein werden. Also die Vorgeschichte, ganz kurz, der erste Kongress 2005 in Wien zum Grundeinkommen, der zweite Kongress in Basel 2007, der dritte Kongress 2008 in Berlin. Also in all diesen Kongressen wurde Pro und Contra das bedingungslose Grundeinkommens diskutiert und man hat das aus allen möglichen Perspektiven her behandelt. Danach hat man gesagt, naja gut, jetzt haben wir schon wirklich lange diskutiert. Ja, irgendwie sollte man ja politisch wirksam werden. Und dazu gab es dann 2009 im Mai ein Treffen von Vertretern aus sieben Ländern und der Schweiz, wo wir darüber nachgedacht haben, wie könnte man politisch wirksam werden. Und da gab es also einen Vorschlag, der so ausgesehen hat, dass man sagt, wir könnten ja die EU-Verfassung so ändern, dass man der EU-Kommission für den sozialen Bereich mehr Kompetenzen gibt und nicht nur die Kompetenzen bei den Nationalstaaten liegen lässt und als eine gemeinsame Forderung für ganz Europa von der EU her sagt, das sollte das bedingungslose Grundeinkommen grundsätzlich sein und alle Nationalstaaten sollten sich jetzt überlegen, in welcher Weise ihre derzeitigen historisch gewachsenen Sozialsysteme den Bedingungen des bedingungslosen Grundeinkommens entsprechend angepasst werden könnten und zu einer ganz anderen Sozialpolitik führen würden als heute. Das war die Idee, man hatte das diskutiert und hat gesagt, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen sein. Es wird nicht möglich sein, dass wir als relativ kleine Gruppe, wir waren dort ja so 40 Leute, Experten aus der Grundeinkommensszene, dass wir jetzt der EU-Kommission eine Änderung der EU-Verfassung vorschlagen, wird die eigentlich nicht so wirklich berühren. Daher haben wir uns zu einem etwas geringeren Vorgehen veranlaßt gesehen und haben eine Resolution an die EU-Kommission geschrieben, in der wir als Kernaussage gesagt haben, also wir würden gerne haben, dass die EU-Kommission prüft, ob das bedingungslose Grundeinkommen nicht eine wirklich für eine neue Sozialpolitik Europas sinnvolle Sache sein würde. Das Problem war, dass daraufhin kaum eine Reaktion entstand. Es wurde zwar diese Resolution weitergereicht an einen Ausschuss für Wirtschaft und Soziales, dort wurde es behandelt im Jahr 2010, im Jahr der Armutsbekämpfung und es gab also in den Berichten an dann das Parlament und die Kommission also schon gelegentlich das Wort bedingungsloses Grundeinkommen in diesen Berichten, aber es war also noch nicht wirklich irgendwie eine konkrete Aufforderung, was zu tun. Insofern kam es uns dann sehr gelegen, dass uns Gerald Häfener erzählte, die Bürger würden ja jetzt dann bei der Einführung des neuen europäischen Bürgerinitiativenkonzepts die Möglichkeit bekommen, von sich aus aktiv zu werden und etwas auf die Agenda zu setzen, was sich einer sozialen Union näher bringt, uns in Europa. Und mit dieser Idee sind wir natürlich sehr begeistert umgegangen. Wir haben also im Oktober 2011 einen Kongress in Wien veranstaltet, da waren also dann schon 14 Länder dabei und haben uns überlegt, sollen wir diesen Weg beschreiten. Und das Ergebnis war dann, dass wir gesagt haben, ja, also wir haben einen ersten Text für eine europäische Bürgerinitiative für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens ausgearbeitet, haben das dann versendet unter denen, die inzwischen mitgetan haben und das Ganze wurde dann in einigen Meetings weiterbearbeitet und schließlich war es soweit, dass wir im April 2012 in Brüssel ein erstes Meeting gehabt haben, wo ein sogenannter Bürgerausschuss gegründet wurde, in dem wir danach diese Bürgerinitiative in die EU-Kommission, für die EU-Kommission vorbereitet haben. Und da möchte ich jetzt ein kleines bisschen hier weitergehen. Ich übergehe jetzt hier diese Folie und sage also nur für unsere Diskussion später, es gibt also draußen ein Heft Sustainable Austria, das gerade gedruckt worden ist, wo so 20 Seiten über das bedingungslose Grundeinkommen drin stehen, wo also alle möglichen Aspekte behandelt werden. Und ich gehe also jetzt nur auf diese eine Linie, die hier unten zu sehen ist, die europäische Bürgerinitiative zum BGE auf dem Weg. Auf das gehe ich jetzt momentan ein. Dabei ist jetzt natürlich wichtig, was das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich sein soll. Und da gibt es eben diese vier Kriterien, die ja auch schon angeklungen sind in der Moderation. Also es soll allgemein sein und da gibt es die Aussage, und da wurde ja so lange diskutiert, wie das im Endeffekt wirklich formuliert werden soll, was bedeutet man jetzt und was soll das allgemein eigentlich sein. Und daher nehme ich den Zettel in die Hand, weil das ja sozusagen ein gewisser Abstimmungsprozess war, der lange gedauert hat, bis wir endgültig soweit waren, und lese dieses Schicke vor. Also grundsätzlich sollte jeder Mensch unabhängig vom Alter, Abstammung, Wohnort, Beruf und so weiter in den Genuss dieser Leistung kommen. Hier wird ein europaweit garantiertes, bedingungsloses Grundeinkommen gefordert, mit unserer Bürgerinitiative, unter dem Stichwort allgemein diesem Riterium. Personenbezogen, also auch hier ist es so, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind und so weiter hat Anspruch auf dieses bedingungslose Grundeinkommen. Es beginnt mit Geburt und endet mit dem Tod. Der gesamte bürokratische Aufwand reduziert sich auf praktisch null. Mit der Geburtsgrundkunde wird die Zahlung eingeleitet, mit der Sterbürokratie wird sie beendet. Das ist die gesamte Sozialbürokratie hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist gigantisch einfacher, als es heute sich abspielt mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Und die Unterscheidung dazu ist ja vor allem, es ist personenbezogen. Die bedarfsorientierte Mindestsicherung bezieht sich auf den Haushalt. Und da ergeben sich also keineswegs diese Eigenständigkeiten, die sich ergeben, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, für Mann, für Frau und so weiter. Bedingungslos, das ist ja das ganz, ganz wesentliche Kriterium. Unter allen Umständen ein Rechtsansprung ohne irgendeine Bedingung. Und das Vierte ist natürlich ganz wichtig, Existenz- und Teilhabesichernd. Es sollte also in einer Höhe ausbezahlt werden, die die Existenz und die Teilhabe, also im kulturellen, gesellschaftlichen Leben, ermöglicht für ein bescheidenes, aber ein Leben in Würde. Gut, das waren sozusagen die Dinge, auf die man sich geeinigt hatte. Und dann hatte man diese Bürgerinitiative formuliert. Bevor ich das jetzt genauer sage, möchte ich über den europäischen Rechtsrahmen dazu etwas sagen. Die Europäische Kommission hat in ihrem europäischen Vertrag, im Artikel 11, Absatz 4, eben einen Artikel eingebracht, der die Grundlage dafür ist. Also ich lese diesen Text vor. Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine Million betragen und bei denen sich um ein Staatsangehöriger aus einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten handeln muss, ja, als Nebenbemerkung aus sieben Staaten müssen sie kommen, können die Initiative ergreifen und die EU-Kommission auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der Union bedarf, um die Verträge umzusetzen. Also Sie sehen schon, ich habe hier Bürgerinnen und Bürger sozusagen fett ausgedruckt. Das heißt, hier geht es unserer Ansicht nach nicht darum, was die EU-Kommission meint. Denn was sie meint und machen will, das kann sie ja tun. Sondern es geht darum, was Bürger und Bürgerinnen wollen. Und dazu sollte die EU-Bürgerinitiative dienen, dass wir dem sozusagen Nachdruck vereinen können. Es gibt also dann diesen Artikel 24, der hier in der roten Zeile noch erwähnt ist. Und der gibt also das Verfahren vor, wie diese EU-Bürgerinitiative zu handhaben ist. Und da gibt es eine bestimmte Nummer, die also im Februar 2011 vom EU-Parlament und der EU-Kommission verabschiedet wurde und ab dem 1. April 2012 Gesetz in ganz Europa ist. Auch Österreich hat diese Europäische Bürgerinitiative in die Verfassung übernommen. Also das ist schon was. Nun, wie geht es weiter? Diese Vorschriften und Verfahren, da hatte ich einen Kernpunkt schon erwähnt. Mindestens sieben EU-Bürger aus mindestens sieben Mitgliedstaaten. Dazu vielleicht eine kleine Story. Ursprünglich hatte der Vorschlag der EU-Kommission gelautet, wir brauchen 300.000 Unterschriften, bevor sie überhaupt sagt, ob sie sich mit der Idee, dass wir so etwas als Antrag für eine Registrierung einreichen, zustimmen. Das EU-Parlament ist wesentlich stärker auf der Seite der Bürger und möchte sozusagen dieses Instrument sehr viel Bürgernäher machen. Und sie hat es so weit gebracht, dass es nur sieben Personen statt 300.000 sein müssen. Also aus sieben Ländern jeweils eine Person, die sagt, okay, ich spiele Organisator, ich kümmere mich darum, dass diese ganze Bürgerinitiative dann entsprechend gemanagt wird. Und das ist ein großer Erfolg einmal gewesen. Ein zweites, jetzt Positives für die EU-Kommission. Es ist von der EU-Kommission auch etwas Bürgernahes gedacht worden. Nämlich eine Online-Unterschriftenmöglichkeit, kostenlos bereitgestellt von der EU-Kommission. Also das ist auch wieder eigentlich schon etwas sehr, sehr Bedeutendes. Man muss also nicht über Papierformulare Unterschriften sammeln. Das kann man auch, weil nicht jeder einen Internetzugang hat. Aber im Normalfall ist es natürlich viel einfacher, über Internet Unterschriften zu sammeln. Vor allem dann, wenn man innerhalb von zwölf Monaten eine Million Unterschriften sammeln muss. Das soll man nicht unterschätzen. Das ist schon recht schwierig. Und jetzt gibt es aber noch ein Riesenproblem. Die Europäische Bürgerinitiative sollte nicht, und jetzt kommen da drei Punkte, in Wirklichkeit sind das vier dann im Originaltext. Aber ich habe jetzt da die wichtigsten herausgenommen. Also offenkundig außerhalb der Befugnisse der EU-Kommission liegen. Das sollen sie also nicht. Dann offenkundig missbräuchlich, unseriös oder chikonös sein. Klar, das sollen sie nicht. Offenkundig gegen die Werte der Union verstoßen, natürlich nicht. Also mit den unteren beiden sind wir ja voll einverstanden. Aber offenkundig außerhalb der Befugnisse der Kommission liegen, ist ein großer Gummiparagraf. Hier kann immer sehr willkürlich entschieden werden, was ist außerhalb, was ist nicht außerhalb. Und da kommt es also sehr darauf an, wie wird die Rechtslage ausgelegt. Und wir hatten also gerade hier gedacht, wir wollen als europäische Bürger eine Sozialunion. Und wir haben in der Präambel des Vertrags und in der Grundrechtecharta und so weiter überall bestimmte Angaben, wo es darum geht, es geht um die Würde des Menschen, die erhalten werden soll und so weiter und so weiter. Da gibt es also viele Stellen, wo man sagen könnte, müsste eigentlich, auch wenn es eine gemischte Kompetenz zwischen EU-Kommission, also EU-Ebene und Nationalstaaten gibt, müsste, auch wenn die schwach ausgeprägt wird, in der EU-Ebene dazu reichen, dass sie was tun können. Das war unsere Ansicht. Und im Prinzip bin ich eigentlich immer noch der Ansicht, aber wir werden dann darauf zu sprechen kommen, wie es weitergeht. Der Name der Europäischen Bürgerinitiative lautet ganz schlicht und einfach bedingungsloses Grundeinkommen. Der Gegenstand, ganz einfach formuliert, Unterstützung für die Einführung eines, und jetzt kommen wir wieder zu diesen vier Kriterien, allgemeinen, personenbezogenen, bedingungslosen Grundeinkommens in Existenz und teilhabenssichernder Höhe in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist sozusagen der Gegenstand. Und jetzt kommt die Zielfestlegung. Die darf also auch nur so kurz sein, wie Sie sie hier sehen, auf 500 Zeichen. Also, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner fordern die EU-Kommission auf, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens aktiv voranzutreiben. Gemäß den EU-Zielen, soziale Diskriminierung zu bekämpfen, sowie soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz zu fördern, und allen Menschen bedingungslos die materielle Existenz mit voller gesellschaftlicher Teilhabe zu bieten, bedarf es eines Rechtsakts der EU. So, und das war genau der Schnittpunkt, oder der kritische Punkt. Wir haben jetzt nicht deklariert, welche Art von Rechtsakt. Sie wissen vielleicht, es gibt bindende Rechtsakte, also zum Beispiel eine EU-Richtlinie, ist praktisch Europa-Gesetz und muss in den Nationalstaaten innerhalb eines Jahres dann nachher in das nationale Recht übernommen werden. Also das ist ein bindendes Gesetz. Es gibt aber auch Recommendations oder Stellungnahmen, die nicht bindend sind. Und wir haben ja deswegen oben gesagt, wir bitten also die EU-Kommission, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten auszuschöpfen. Also wenn sie keine Kompetenz haben, ein Gesetz für den sozialen Bereich herauszugeben, dann hätten sie doch unserer Meinung nach zumindest die Möglichkeit, eine Recommendation, eine Empfehlung herauszugeben, einen nicht bindenden Akt. Und das ist eben genau der Punkt, weshalb wir geglaubt haben, diese Europäische Bürgerinitiative müsste, wenn man die Registrierung beantragt, positiv beantwortet werden und angenommen werden. Das war leider nicht der Fall. Bevor ich jetzt noch dann weitergehe, will ich schon sagen, was man der EU-Kommission alles mitgeteilt hat. Es ist nämlich nach diesen drei Dingen, Titel, Gegenstand, Ziele, die genauso kurz gefasst werden müssen, wie es da steht. Da gibt es ein Formular, in das man das eintragen kann und mehr geht nicht. Aber man hat die Möglichkeit, ein Annex hinbeizufügen, indem man für die EU-Kommission, für die Beratung, alles mögliche Hintergrundinformationen liefert. Natürlich auch nicht übermäßig viel, aber immerhin. Und das haben wir gemacht, weil wir gedacht haben, wir wollen natürlich, dass sich die EU-Kommission mit dieser Thematik ernsthaft befasst und diese Hintergrundinformation mitliest. Und das sind jetzt ein paar Angaben. Nämlich erstens einmal, was heißt wir? Die Personen, die den Vorschlag für unsere Europäische Bürgerinitiative eingebracht haben, sind Bürgerinnen und Bürger aus 14 Mitgliedstaaten. Und dann haben wir eben aufgezählt, aus welchen Staaten? Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Slowakei und Slowenien und Spanien. Also es sind die Großen dabei und es sind Kleine dabei, also 14 Länder. Wir hätten nur sieben gebraucht. Also diese 14 Mitgliedstaaten, unterschiedlich in ihrer Kultur, Sprache, sozialen Interesse und politischen und religiösen, schrägschicht philosophischen Hintergrund, aber teilen gemeinsam die Ansicht, die hier präsentiert wird. Das ist das Einzige Gemeinsame. Das bedingungslose Grundeinkommen ersetzt nicht den Sozialstaat, sondern ergänzt und verändert ihn von einem kompensatorischen in einen emanzipatorischen Sozialstaat. Das ist eine ganz wesentliche Aussage. Dieser Kongress, den wir 2011 in Wien gehabt haben, hatte genau den Titel, von einem kompensatorischen zu einem emanzipatorischen Sozialstaat zu kommen. Also kompensatorisch ist das, was wir heute haben. Also das ist bedarfsorientierte Mindestsicherung, das ist Hartz IV in Deutschland. Das heißt, zuerst wird einmal geschaut, irgendwas, was man unbedingt zahlen muss, an die Allerärmsten, die sonst verhungern, das wird dann festgestellt, geprüft und so weiter und so weiter. Das macht man. Emanzipatorische Sozialstaat ist, dass man von Haus aus sagt, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und auf Existenz. Und das ist erste Priorität im Staat. Und daher ist ein emanzipatorischer Sozialstaat einer, der den Mensch in den Mittelpunkt stellt. Und das sollte nicht nur in einem Staat sein, sondern in ganz Europa. Und natürlich grundsätzlich weltweit. Nun, der nächste Punkt war hier, ein emanzipatorisches, bedingungslose Grunderkommen ist durch die folgenden vier Kriterien beschrieben. Wieder hier Hinweis auf diese vier Kriterien, allgemein, personenbezogen, bedingungslos, hoch genug, um ein Dasein in Würde und die Teilhabe an der Gesellschaft zu gewährleisten. Und jetzt die Kritik am jetzigen. Aufgrund derzeitiger Erwerbsbiografien und mangelhafter Mindesteinkommenssysteme also nicht bedingungslos, sondern bedingt, bedürftigkeitsgeprüft, zu niedrig, betrachten wir, gestützt auf den EU-Vertrag und die Arbeitsweise bezüglich des EU-Vertrags und die Europäische Grundrechte-Charta, die Einführung des bedingungslosen Grunderkommens als unverzichtbar, wenn die Grundrechte, insbesondere die Achtung der Menschenwürde, Relevanz haben sollen. Ganz kurz noch weiter. Das bedingungslose Grundinkommen für alle schafft Einkommensarmut restlos ab, ermöglicht größere Freiheit der Einzelnen, die eigenen Lebensumstände zu bestimmen und stärkt die gesellschaftliche Teilhabe aller. Es vermeidet soziale Spaltung. Es bekommt ja jeder. Es kann kein Mensch sagen, wieso kriegt er das, Schmarotzer hin und her. Gibt es nicht. Jeder. Und wenn es ihm nicht passt, dann soll er eben nur das bedingungslose Grunderkommen nehmen und fertig. Also es vermeidet soziale Spaltung, Neid- und Missbrauchsdebatten und deren Folgen. Er übrigt aufwendige, repressive und ausgrenzende Festsetzungs-, Kontroll- und Überprüfungsbeurkartien. Als Diskriminierungs- und stigmatisierungsfreier Transfer beseitigt das bedingungslose Grunderkommen, verdeckte Armut. Das heißt, heute ist es ja schon so, dass viele sich gar nicht arbeitslos melden, weil sie über diese ASM-Behandlung nicht erfreut sind, wenn man das so vorsichtig ausdruckt. Jeder, der mit diesen arbeitslosen Situationen zu tun gehabt hat, weiß, was das bedeutet, wie er danach sozusagen getränkt wird, alles, was nur denkbar ist, anzunehmen und so weiter und so weiter. Das wäre ein eigenes Thema. Das bedingungslose Grunderkommen stiftet sozialen Frieden. Da meinen wir, das ist genau ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich in einer Gesellschaft schafft eine solche Atmosphäre, dass es eine sehr ungesunde Gesellschaft wird. Und viele, viele negativen Eigenschaften treten genau in den Ländern auf, in denen die Schere ganz besonders auseinanderklafft zwischen Arm und Reich. Wenn wir das einführen, stärkt die Identifizierung der Bürgerinnen und Bürger mit der Europäischen Union, dann hat man nämlich tatsächlich den Eindruck, wenn da was geschieht von der Europäischen Union, dann ist das eine in unseren Augen schon Richtung soziale Union, das ist das, was wir wollen. Und sichert ihre politische Teilhaberechte ab. Es fördert die Durchsetzung der Grundrechte. Und hier jetzt wieder in Vett ein ganz wichtiger Satz. Die Würde des Menschen ist nicht nur ein fundamentales Recht in sich selbst, sondern konstituiert die reale Basis der fundamentalen Rechte. Dieser Satz steht in der offiziellen Erklärung zum Artikel 1 der Charter der Grundrechte für die Europäische Union. Ja, wir haben dann noch einen Absatz hinzugefügt, der sozusagen der Realität Rechnung trägt. Die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens und mögliche Einführungsschritte liegen in der Kompetenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. So ist es also heute festgelegt. Nun, ganz kurz zum Abschluss. Da es unterschiedliche Wege für die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens gibt, wird keine bestimmte Möglichkeit in dieser Europäischen Bürgerinitiative vorgeschlagen, außer, dass die Koordination dafür zwischen EU und Mitgliedstaaten geteilt werden könnte. Also hier wollte ich darauf hinweisen, wir wollen ja, wenn wir eine Million Unterschriften bekommen, eine möglichst breite Allianz bekommen. Und eine solche breite Allianz bekommt man also nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel unterschiedliche Finanzierungsmethoden schon mit eingebracht hätten, eine bestimmte zum Beispiel, weil dann alle, die eine andere Methode sozusagen für sinnvoller halten, dann eventuell nicht unterschreiben würden. Darum haben wir gemeint, als ersten Schritt wollen wir nur das Grundsätzliche des bedingungslosen Grundeinkommens machen und Sie werden hören von Albert Jörrimann in der Schweiz, gehen Sie in eine ähnliche Richtung weiter. Nun, dieser Hinweis auf die Koordination zwischen EU und Mitgliedstaaten führt auf einen Versuch von Philipp Van Parys, einer der Urväter der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens hin, der gemeint hatte, eigentlich sollte in einer Sozialunion es nicht nur Geld fürs Bankenretten geben, sondern fürs Retten der Menschen. Und es sollten jeden EU-Bürger zumindest ein kleiner Sockel an Geld bedingungslos ausgezahlt werden und jeder Mitgliedstaat hat dann es leichter auf die Existenz und teilhabesichende Höhe aufzustocken mit der nationalen Finanzierung, egal wie Sie es dann machen wollen. Das war so die Idee. Okay, nun möchte ich ganz kurz nur sagen, wie es weitergeht. Ich gehe jetzt nicht ein auf all die Argumente und so weiter, die wir da angeführt haben. Ich wollte nur darauf hinweisen, dieses, was ich hier da überklicke, gibt es draußen als Kopie. Sie können es sich mitnehmen. Was passiert ist und was jetzt ich kurz noch erwähne, ich liest die Ablehnung der EU-Kommission am 6. September 2012 und daraufhin haben wir gesagt, egal ob Sie uns ablehnen oder nicht ablehnen, der Bürgerausschuss, der sich hier konstituiert hatte aus den 14 Ländern, trifft sich sofort wieder und überlegt, wie es jetzt weitergehen soll und das war also dann zehn Tage später am 16. September in München und wir hatten vier Möglichkeiten diskutiert. Die erste wäre, modifizieren wir die europäische Bürgerinitiative für das bedingungslose Grundeckern und reichen es nochmal ein, indem wir das, was an Ablehnungsgründen gekommen ist, ein bisschen anschauen, ob wir das nicht irgendwie vielleicht umschiffen können, um eine zweite Ablehnung zu verunmöglichen. B ist sozusagen die Rechtsmittelbelehrung im Ablehnungsschreiben. Wir können uns über die Europäische Kommission und deren Entscheid beim Europäischen Gerichtshof sozusagen anrufen und klagen. Das haben wir nicht getan, kein Mensch hat so viel Geld, dass er das kann, kein Mensch hat Zeit, zwei Jahre zu warten, bis dann irgendeine Antwort kommt und die möglicherweise dann noch negativ ist. Ähnlich haben wir auch die Rechtsmittelbelehrung, dass wir auch den Bürgerbeauftragten als Schiedsrichter anrufen können zwischen der Bürgerinitiative und der EU-Kommission als netze Aussichtsrecht ausgeschlossen. Und das vierte, das war jetzt dann eine Sache, die wir gesagt haben, die verschieben wir. Wir versuchen es unter klein a zuerst einmal noch einmal. Und das ist eben das, was ich dann noch ganz kurz andeuten will. Die Alternative D, also das Real European Citizensing Alternativ, war sozusagen eigentlich fast als Provokation zur EU-Kommission gemeint. Dass wir sagen, wir lassen uns nicht ablehnen, was wir für sinnvoll halten, dass diskutiert werden soll und machen jetzt eine wirkliche europäische Bürgerinitiative ohne Genehmigung der EU. Wir ignorieren die EU und machen es trotzdem und sammeln eine Million Unterschriften, kriegen die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens weit verbreitet und wollen auf die Art und Weise Druck von unten machen und nicht darauf warten. Nun, Gerald Hefner wird ja heute noch kommen und er hat uns beraten und gesagt, bitte lasst es einmal weg. Wir kümmern uns schon darum, dass dieses Instrument ein stärkeres wird. Das ist zum Beispiel das, wo ich gesagt habe, der eine Punkt gehört gestrichen, dass man sagt, nicht die EU-Kommission entscheidet, ob das jetzt innerhalb der EU-Richtlinien liegt oder Nichtrichtlinien liegt, sondern die Bürger können verlangen, was sie wollen, weil sie sollen ja eine Frage stellen, was sie möchten. Und daran wird morgen in Wien eine europäische Konferenz stattfinden, wo Gerald Hefner zum Beispiel auch die erste Session chairen wird. Und der sagt, also macht es also mal mit klein a und wenn Sie es wirklich ein zweites Mal ablehnen, dann reden wir noch einmal drüber. Also soweit ist die Situation und das Tolle war, dass es uns am 16. September in einer einzigen Sitzung gelungen ist, eine Neuformulierung zu agree. Und ich habe jetzt hier, das ist jetzt nur die Objectives, also das entspricht den Zielen. Und die ist jetzt hier Englisch, weil wir müssen uns zuerst einmal auf Englisch einigen und dann tun wir übersetzen in alle Sprachen. Und das ist jetzt meine vorletzte Folie. Also hier steht jetzt, the European Commission is requested by the signatories to use all existing means and possibilities. Das ist gleich geblieben praktisch wie unser erster Antrag, aber wir sagen jetzt according to the Arbeitsbedingungen TFEU der Europäischen Union im Artikel 156. Das ist ein ganz spezieller, wo wir glauben, dass sie uns nicht ablehnen können to speed up the introduction of an unconditional basic income. In order to achieve social security, we will offer each person unconditionally secured material existence together with full participation in society. Therefore, we request making studies, development, delivering opinions and arranging consultations in order the possibilities on the possibilities for the introduction of the unconditional basic income. Das heißt, wir verlangen jetzt nicht sofort die Einführung mit einer Richtlinie oder eine Recomendation von Ihnen, sondern wir verlangen jetzt eigentlich nur, dass Sie das, was im Artikel 156 steht, dass man, egal für welchen Bereich, sich eben Studien machen kann, Opinions sammeln kann, Konsultationen machen kann, um irgendein Gebiet aufzuklären und genauer die politische Machbarkeit zu sondieren. Und das wäre jetzt in dem Fall eben für die Einführungsmöglichkeit des bedingungslosen Grundeinkommens. Und wenn wir also diese zweite europäische Bürgerinitiative bekommen, als registriert bekommen, dann bedeutet das, dass wir dann eben trotzdem mit einer Million Menschen zu diskutieren haben. Und da werden wir egal, ob das schon die Einführung selbst oder das bedingungslose Grundeinkommen als Konzept ist, zu diskutieren sein und wird also dafür unserer Meinung nach weiterbringen. Und die Geschichte schaut jetzt so aus. Wir haben also dieses, was ich gerade vorgelesen habe, an diese 14 Länder nochmal verteilt. Die können nochmal nachdenken bis zum 12. November und Vorschläge zu eventuell Änderungen machen. Und am 12. November 2012 treffen wir uns wieder zusammen und das Hauptziel dieser Bürgerhausschuss-Treffens ist eben der zweite Versuch, eine europäische Bürgerinitiative zum Thema bedingungslose Grundeinkommen registriert zu bekommen. Wenn Antrag auf Registrierung am 12. November gelingt, ist spätestens mit einer Antwort die EU-Kommission am 12. Jänner 2013 zu rechnen. Sie müssen nämlich innerhalb von zwei Monaten antworten. Und wir sagen jetzt, die Zeit ist nicht verloren. Nämlich inzwischen sammeln wir weiterhin E-Mail-Adressen, um beim Staat gleich viele potenzielle Unterstützer anschreiben zu können und die Unterschriften auf Formularen liegt draußen am Büchertisch oder kann online eingegeben werden in www.pro-grundeinkommen.at Danke. Danke. Danke vielmals Herr Sambo Ich gut dann würde ich Herrn Albert Jörimann bitten weil Sie haben uns jetzt erzählt was quasi an Grundlagenarbeit als Voraussetzung im Bereich der Europäischen Union getan und geleistet wird die Schweiz mit ihrem mit ihrer Volksinitiative zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens ist da schon einen Schritt weiter hat schon einige Zeit an Initiativarbeit hinter sich gebracht und ist mitten im Abstimmungsprozess beziehungsweise am Stimmen sammeln ich glaube es sind um die 100 110.000 Stimmen die gesammelt werden müssen um das dem Bundesrat vorzulegen dem Parlament vorzulegen wie ist denn um das jetzt ein bisschen auf die tägliche Arbeitsebene runterzubrechen um ein Gefühl dafür zu kriegen was uns noch sozusagen bevorsteht in der Überzeugungsarbeit zum Beispiel wie ist es denn seit Start diese Initiative gelungen im Dialog mit der Bevölkerung hier Terrain zu gewinnen Überzeugungsarbeit zu leisten dass das bedingungslose Grundeinkommen etwas ist das wirklich die Würde des Menschen absichert ja zunächst guten Abend und ich bedanke mich für die Einladung ich bin froh dass ich das hier auch im befreundeten benachbarten und befreundeten Ausland ein bisschen vorstellen darf darf ich zuerst einfach den Text der Initiative vorlesen das sagt schon ein bisschen etwas aus meines Erachtens weil er ist nämlich exemplarisch kurz ein Moment die Initiative lautet auf Einführung von Artikel 110a der Bundesverfassung Absatz 1 der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens Absatz 2 das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen Absatz 3 Das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens Punkt Es ist also ein sehr einfacher Gesetzestext von dem wir im Moment noch nicht so ganz genau wissen ob er nicht allenfalls auch in Konkurrenz steht zu ein paar anderen Artikeln der Bundesverfassung das entscheidet die Bundeskanzlei jeweils erst wenn alle Unterdriften gültig eingegangen sind die Gefahr ist nicht wahnsinnig gross dass es hier zu einem Konflikt kommt denn in der Schweiz gibt es nach wie vor kein Bundesverfassungsgericht also man kann man hat auf der höchsten gesetzgeberischen Stufe durchaus einen gewissen Spielraum Nun dies voraus um auch zu illustrieren welche konkrete juristische Form diese vier Grundsätze angenommen haben welche Klaus bereits vorgestellt hat oder die auch in der Einleitung präsentiert wurden es ist relativ simpel einerseits andererseits ist gerade in Bezug auf die Finanzierung noch nichts definitiv ausgesagt man hätte hier ein paar Angaben machen können ich denke aber dass die Initianten rund um Daniel Henni und Enno Schmidt von der Basler Initiative Grundeinkommen gut beraten waren als sie diese Frage dem Parlament überließen hier Stichwort Parlament liegt allerdings bereits ein erster Hund begraben wir wissen dass in der Schweiz die Mehrheit des Parlaments sagen wir mal bürgerlich ist sie ist nicht sozialdemokratisch sondern bürgerlich das heisst die entsprechenden Beratungen dürften nicht ganz spannungsfrei vonstatten gehen auch wenn das Prinzip vom Volk angenommen wird dann ist in der anschliessenden parlamentarischen Beratung damit zu rechnen dass die bürgerlichen und vor allem die rechtsbürgerlichen Kreise versuchen werden dieses Projekt entweder zu missbrauchen um die gesamte Summe die bisher für die soziale Sicherung eingesetzt wird zu senken auf der einen Seite oder auf der anderen Seite Modelle zu entwickeln welche mit einem niedrigen Grundeinkommen schaffen und so verschiedene Ziele nicht erreichen zum Beispiel den Abbau der Sozialbürokratie also wenn man sagen wir 1000 oder 1500 Franken einführt das sind vielleicht nominell umgerechnet hohe Summen aber für die Schweiz reicht das nirgendwo hin dann muss man praktisch die gesamte Sozialversicherungsstruktur weiterführen man hat also in dieser Beziehung gerade eine der Schönheiten des ganzen Modells nämlich wirklich die Abschaffung der Überwachung der Bürger in diesem Bereich gerade diesen Effekt würde man völlig verspielen also da steht noch einiges bevor wenn die Initiative zur Abstimmung kommt überhaupt das setzt voraus dass wir diese Unterschriften zusammen kriegen und wenn sie in der Volksabstimmung angenommen wird dann beginnt erst diese Etappe im Parlament man hat allerdings auch dann immer wieder die Möglichkeit falls die Verhandlungen Beratungen im Parlament dann völlig aus dem Ruder laufen dass man dort mit einem Referendum mindestens die übelsten Auswüchse kippt und das ganze Paket an den Absender zurückschickt und bei den nächsten Wahlen dann halt die Konsequenzen zieht ich denke dies wissen auch die bürgerlichen die Mitte Parteien unterdessen und sie werden sich hüten hier allzu üble Schnitzer ins Gesetz hinein zu packen das sie dann erarbeiten müssen nun wir sind noch nicht so weit eben wir stecken im Moment ein halbes Jahr wir haben die Initiative vor einem halben Jahr lanciert wir das ich muss es noch mal präzisieren es sind unsere Kollegen aus Basel von der Initiative Grundeinkommen Daniel Henni und Enno Schmidt vor allem zusammen mit den Kollegen aus Zürich Christian Müller und Dani Straub welche die Triebkräfte sind hinter dieser Initiative ich selber bin Präsident von Bienn Schweiz das ist eine Art Tochtergesellschaft des Internationalen des Globalen Bienn Basic Income Earth Network wir sind aber in erster Linie in der Westschweiz in der französisch sprechenden Schweiz aktiv ich bin ein bisschen ein Ausreißer als deutschsprachiger Präsident dieses eigentlich vor allem in Genf aktiven Vereins wir haben wir haben mit der Initiative zunächst nicht wahnsinnig viel zu tun gehabt bis auf die Tatsache dass wir selbstverständlich die gleichen Prinzipien vertreten aber wirklich wir haben auch schon uns Gedanken gemacht darüber was für einen Text wir allenfalls vorschlagen könnten wir waren auch bei einem Rechtsprofessor ich kann Ihnen aber versichern da ist etwas völlig anderes und ziemlich viel komplexeres herausgekommen und ich bin auch in der Beziehung wirklich froh dass Daniel Henni und Enno Schmidt so initiativ waren ungeduldig waren auch dieses grosse Konzept einmal nicht nur in seiner Größe zu betrachten sondern eben herabzubrechen auf die konkrete Ebene und hier mal diesen kurzen und sehr prägnanten Text vorzulegen wie gesagt wir sind eigentlich nicht die treibenden Kräfte unterstützen das aber und haben auch einen Vertreter unseres Vorstandes im Initiativ Komitee das ist Gabriel Bartha er wohnt und arbeitet in Genf seine Eltern sind aber aus Ungarn geflüchtet 1956 also damit hier auch ein bisschen der KUK Zusammenhang noch hergestellt wird wie gesagt vor einem halben Jahr haben wir diese Initiative lanciert vorausgegangen sind verschiedene Aktivitäten in Sonderheit ein großer Kongress ein Jahr zuvor in Zürich den vor allem die Zürcher und die Basler Kollegen organisiert haben und dann hat man eben dieses Komitee zusammengestellt und losgelassen ich weiß nicht wie viel ich an dieser Stelle noch sagen muss über das Initiativrecht insgesamt erlauben Sie eine Zwischenfrage nämlich umzuschauen was sozusagen auf die Mühen der Ebene anbetrifft wenn Sie hinausgehen und argumentieren mit den Leuten reden was sind die ersten Argumente die Sie hören die Sie zu entkräften versuchen zum Beispiel die Frage der Finanzierbarkeit gerade in Zeiten wir haben es gehört im Film wo Banken gerettet werden müssen ob dann noch genug Geld übrig ist um auch die Menschen zu retten zum Beispiel ja der Aufprall der großen Idee auf das Durchschnittspublikum der findet in der Tat meistens beim Unterschriftensammeln statt wir haben ja keine Form der elektronischen Unterschriftensammlung sondern müssen das alles im persönlichen Kontakt auf Papier zustande kriegen die Leute überzeugen dass sie das machen und wenn man dass sie die Unterschrift leisten und wenn man mit einer Novizin oder einem Novizen da sich drüber unterhält dann sind die ersten Reaktionen zunächst einmal Unverständnis Missverständnis man verwechselt es gerne mit dem Mindestlohn ist das Grundeinkommen nicht so etwas wie ein Mindestlohn gleichzeitig oder kurz zuvor gab es nämlich auch eine Mindestlohninitiative der Gewerkschaften die jetzt zustande gekommen und eingereicht wurde also das muss man mal klären dass es sich hier nicht um den Mindestlohn handelt sondern eben um ein Grundeinkommen dann kommt als zweite Frage da fällt meistens der Groschen noch nicht so richtig was die ganze Bedeutung ist sondern dann kommt wirklich die Frage ja Geld für nichts Geld für nichts tun geht denn das das will den meisten nicht in den Kopf die dritte Frage ist dann meistens jene nach der Finanzierung respektive im Zusammenhang damit die Frage nach dem nach den wirtschaftlichen Auswirkungen auch also der ein bisschen breitere Rahmen die Frage Geld wofür Geld für nichts hängt eng zusammen oder ist in den Zusammenhang stellen des großen Themas Arbeit denke ich diese Erfahrung machen wir immer wieder wir leben in der Tat in einer Arbeitsgesellschaft in der es nicht in erster Linie darum geht dass wir tatsächlich notwendige gesellschaftlich notwendige Arbeit erledigen worüber wahrscheinlich irgendwo irgendwie durchaus ein Konsens besteht sondern es geht hier darum dass die Arbeit das Konzept der Arbeit das Konzept der Organisation des Lebens des individuellen und gesellschaftlichen Lebens in der Form eines arbeitsteiligen Prozesses in einem Arbeitsprozess von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags und von 1 Uhr bis 5 Uhr nachmittags dass dieses Konzept unglaublich stark in den Köpfen verankert ist meines Wissens ist das ja nicht schon immer so gewesen meines Wissens musste dieses Konzept auch zuerst einmal in die Köpfe der Bevölkerung hineingetragen hineingehämmert werden sei dies durch ideologische Attacken auf verschiedenen Ebenen sei dies vor allem natürlich dann durch die gesellschaftliche Praxis aber das ist ein Themenfeld an dem wir uns sehr sehr stark aufreiben ja der Punkt ist die Diskussion um den Stellenwert der Arbeit hat die Diskussion in der Initiative hat das bei Ihnen einen Prozess der Diskussion und des Umdenkens eingeleitet nämlich dass einem bewusst wird wie viel ich habe es in der Eingangsmoderation versucht anzusprechen wie viel an gesellschaftlich wertvoller Arbeit heute passiert ohne die die Gesellschaft als ganze nicht existieren könnte die aber unbezahlt ist ich sage jetzt zum Beispiel die ganze Arbeit die zum Beispiel in Bürgerinitiativen in Nachbarschaftshilfe in Altenbetreuung auch die Familienmitglieder für andere Familienmitglieder zum Beispiel leisten aber wo das Gesundheitssystem zum Beispiel schon längst kollabieren würde wenn es diese Initiative oder diese Tätigkeiten nicht geben nicht geben würde also ist auch eine Diskussion über Arbeit in Gang gebracht worden zu erkennen dass es ja es gibt eine entlohnte Arbeit und eine nicht entlohnte Arbeit aber die kann ja durchaus gleich wertvoll sein was ja den Zugang erleichtern sollte gerade was jemanden die Existenzangst zu nehmen wenn er ein bedienungsloses Grundeinkommen bekommt dass er dann dass zum Beispiel das Familieneinkommen nicht schrumpft und man nicht weiß wie man die Basiskosten finanzieren soll also die Frage ist haben Sie da wenn Sie da diskutieren mit Leuten die unterschreiben sollen dass sie einen HAH-Effekt auch bewirken dass man Arbeit auch anders definieren kann als wir das gewohnt sind als Identifikationsmerkmal für die Person es kommt ein bisschen darauf an es gibt auch in diesem Themenbereich nicht eine einheitliche Auseinandersetzung die immer gleich abläuft wenn ich selber gewichte möchte ich sagen diese Argumente mit der freiwilligen Arbeit oder mit der unbezahlten Arbeit zu Hause die stehen erst im zweiten oder dritten Rang im ersten Rang würde ich sagen steht die Arbeit selber die Beschäftigung mit der Arbeit selber und hier gibt es manchmal ich sage es jetzt halt so wie es mir im Moment gerade so in der Prioritätenliste herauskommt da steht in erster Linie die Verwandlung des Arbeitsprozesses selber im Vordergrund das hat auch eine finanzielle Seite es sind drei Zahlen die ich immer gerne nenne ich bin schon fast in der Finanzierung drin aber trotzdem wir sprechen für die Schweiz im Initiativtext ist die Rede nicht davon aber wir sprechen überall von 2500 Franken pro Person und Monat das sind rund 2000 Euro für eine erwachsene Person im Vergleich dazu die Mindestlohn Initiative des Gewerkschaftsbundes die eben erst zustande gekommen ist deren Lohn Mindestlohn Forderung stand bei 4000 Franken für einen vollen Arbeitsplatz Mindestlohn von 4000 Franken Grundeinkommen 2500 Franken man ahnt bereits etwas das hier wie die Diskussion quantitativ strukturiert wird dann die dritte Zahl noch es gibt den Median Brutto Brutto Medianlohn in der Schweiz der war vor einem oder zwei Jahren bei ungefähr 6000 Franken beneidenswert oder nicht ich weiss es nicht Sie wissen dass wir in der Schweiz ein bisschen eine eigenartige Situation in verschiedener Hinsicht haben ein Brutto Medianlohn das ist ja nicht der Durchschnittslohn und es ist auch nicht das Netto Einkommen das man Brutto zur Verfügung hat also insofern sind die drei Zahlen auch nicht ganz völlig voll und ganz vergleichbar aber trotzdem ich verwende sie eigentlich gerne um ein bisschen die Relationen herzustellen ich denke bei uns in der gesellschaftlichen Diskussion auch was die Arbeit anbetrifft steht der Broterwerb als solcher oder der Lohn als solcher steht nicht es kommt immer auf die konkrete Diskussionslage darauf an natürlich aber generell wenn man ein bisschen sich entfernt von den ersten Ansätzen steht der Lohn nicht mehr so im Vordergrund es geht dann eigentlich bald einmal um die Qualität der Arbeit selber Sie haben mich vorher ausgelacht als ich gesagt habe der intrinsische Wert der Arbeit würde in den Vordergrund rücken völlig zu Recht weil das natürlich unterdessen ein abgedroschenes Wort ist aber trotzdem es ist ja eine weitere Entwicklung welche uns die große Entwicklung der Produktivkräfte die Entwicklung der Gesellschaft auch ins Haus beschert nämlich dass wir in Zukunft eigentlich je länger desto weniger gezwungen sein sollten Arbeiten zu erledigen die wir nur wegen eines äußeren Druckes machen sondern in Zukunft sollten wir das arbeiten ich will jetzt nicht sagen wonach uns gerade der Sinn steht das wäre vielleicht auch nicht ganz die richtige Interpretation aber trotzdem der Anteil an der Arbeit der uns selber auch involviert der uns selber als Personen als Individuen betrifft der sollte zunehmen und ich denke genau dieser Aspekt den kann man wenn das Gespräch ein bisschen länger dauert relativ positiv verwerten um dann den Bogen zu schliessen dorthin dass in dem Fall das Grundeinkommen sozusagen den letzten oder den ersten Anteil den rein existenzsichernden Anteil abdecken kann und dass diese Trennung zwischen Einkommen und Arbeit halt eben hier eine ganz interessante Rolle spielt Entschuldigung Intrinsischer Wert der Arbeit was verstehen Sie von da Ja es tut mir leid ich sage es gerne es ist dieses Paar das nicht von mir stammt der extrinsische und der intrinsische die extrinsische und die intrinsische Motivation um eine Arbeit zu erledigen es ist kurz gesagt die externe oder die interne Motivation oder die externe Motivation ist ein Druck von außen oder das sind äußere Anreizmittel wie der Lohn wenn ich nur wegen des Lohnes arbeiten gehe dann ist das rein extern extrinsisch wenn ich aber aus meinem eigenen Bedürfnis arbeiten gehe dann ist das intrinsisch möchte noch anfügen zu diesem Thema dass solche schematischen Paare natürlich gerade in dem Arbeitsbereich auch dynamisch sind im Grunde genommen in dem nämlich wenn ich zum Beispiel mal 30 Jahre eine Maschine bedient habe dann bin ich dann mehr oder weniger mit dieser Maschine verwachsen also da ist das extrinsische und das intrinsische manchmal schwer zu trennen aber das ist ein Detail Wobei ich nicht den Herrn Jörrimann ausgelacht habe sondern ich kann dieses Wort darüber habe ich gelacht ich kann diese Begriffsbarung sowie Nachhaltigkeit da kann ich schon bald nicht mehr hören aber das ist mein persönliches Problem ich glaube auch dass wenn wir das ich projiziere jetzt einmal gesetzt den Fall wir schaffen es das bedienungslose Grundeinkommen durchzusetzen und sinnstiftende Arbeit die ich gerne mache zu tun dann wird meine Überstundenleistung unter Anführungszeichen also meine Tendenz zur Selbstausbeutung weil ich das gern mache was ich mache viel höher sein als jetzt also meine Leistung wird sicherlich für die Gesellschaft in Summe höher ausfallen als wenn ich nur eine Broterwerbung einen 9-to-5-Job mache weil ich ihn machen muss weil ich die Familie oder weil ich meine meine Existenz sichern muss